Die Herstellung von Asphaltmischgut ist eine Aufgabe. Die Bearbeitung von Mischgutbestellungen eine andere. Während die Produktion dank moderner Steuerungssysteme inzwischen weitgehend automatisiert ist, übermitteln die Kunden ihre Aufträge oft noch manuell, per E-Mail, Fax, Telefon oder auch persönlich. Ein fehleranfälliger Prozess. Im schlimmsten Fall kommt die Arbeit auf der Baustelle zum Stillstand, weil Material fehlt, was unter Umständen manuelle Eingriffe erfordert. Erhebliche Kosten und unzufriedene Kunden sind die Folge. Mit Q-Plant Essential gehört das der Vergangenheit an. Willkommen in der Welt der digitalen Bauunterstützung und der vernetzten Baustelle. Der Bestell- und Lieferprozess wird komplett und in Echtzeit über eine App abgewickelt. Transparent, nachvollziehbar, fehlerfrei. Auf diese Weise weiß der Mischmeister immer, wann und wo welche Materialien benötigt werden. Der Kunde erhält sofort eine Benachrichtigung über den Status seiner Bestellung. Wenn er etwas ändern möchte, ist dies jederzeit möglich. Alle Beteiligten sind immer auf dem neuesten Stand, da der Informationsaustausch in Echtzeit erfolgt. Die Herstellung des Asphaltmischguts und die Lieferung an die Baustelle erfolgen genau nach den tatsächlichen Anforderungen entsprechend den Aufträgen. Es gibt keine Leerlaufzeiten. Der Einsatz dieser digitalen und durchgängigen Lösung gewährleistet eine ressourcenschonende, fehlerfreie und nachvollziehbare Bestell- und Lieferkette. Die Web-Anwendung für die Mischanlage und die App für die Baustelle sind sehr einfach zu bedienen. Keine Prozessanpassungen und kein Implementierungsaufwand. Herunterladen, einloggen, loslegen. So einfach kann Digitalisierung sein. Es ist so einfach wie das Bestellen und Liefern einer Pizza. Q-Plant Essential – die ideale Ergänzung für die Asphaltmischanlage.